GERRY und BERNARDETS GERRY und BERNARDETS GERRY und BERNARDETS nicht ,die nutzer ist malsische In Malti, wie die Sprache sich offiziell nennt. Unterkirchen, aus Beton, und ja genau, das sieht wirklich wie ein Space Shuttle aus, und als da diese Kirche in den 80ern gefertigt wurde, so wurde sie auch genannt. Aber jetzt inzwischen... Na ja, das ist ja genau das, was ich nicht gebracht habe, eine ganze Horde, vorne der Leithammel oder das Karammel, mit einem Fahnerl und alles rennt. Gut. Darunter, die neue Plastik wie ... Und auch wohin? Wurder ... Wurder ... Wurder ... Wurder ... Wurder ... Wurder ... Nein, trotzdem, es bleibt auch im Sommer richtig schön grün hier und er bezweifelt uns eine sehr gute Frage. Doch, ist doch. Na, der Maul, ich möchte doch, dass sich dieser sehr gut sein erhaltet. Wir sind bei uns 139, dass wir uns auch in der Nachbarschaft haben. Befrüchte, mir dachte er, wie es war. Es ist ja bei uns, dass wir uns nicht so stressig waren, dass es in der Bestandzeit geht. Aber weiß ja nicht. Du kannst doch alles, dass bei uns gestoldet wird. Wir haben mit dem Vorh 개feier in der Nachbarschaft, dass wir im Sommer wie die quem die in der Nachbarschaft, dass wir in der Nachbarschaft wirklich, dass wir dann auch sagen können, in der Nachbarschaft auch wirklich sehr gut sein können. Dass wir im Sommer nur mal sehen, dass wir da tous dieHAEB in den Kirche für die Kirche zur Verfügung haben. Und wir müssen in der Nachbarschaft mit dem Sommer wieder sehen. Und da habe ich noch einmal das wunderschöne alte Hümmchen. Na ja, und hier lanchiert der Präsident von Malta. Ja, wie sagt man bei uns, wenn die Lappen draußen sind die Lampen drinnen. Beräut doch ein bisschen die Pappen. Na kurz und tief, dir geht es aber gut. Aber schau. Ja, und hier sind die Lampen drinnen. Die Küche ist eigentlich jetzt viel gearbeitet und auch viel renoviert und dann restauriert. Aber davon noch mit 10 oder 4 Daten später. Das heißt, es überlebt der eine Teil und der Teil ist viel älter. Der kommt aus dem Mittelalter. Und die meinten doch, es wird die Stadt wieder aufgebaut. Und die Ritter meinten, damit wir keine Dispunkte mit diesen Familien, wichtigen Familien damals haben, besser, dass wir wieder aufbauen. So war es ja passiert. Wir sind richtig dankbar dafür. Eine komplette Stadt, das meine ich. Und die Ritter meinten, damit wir so weit sind, da werden wir jetzt auch für uns selbst irgendetwas bauen und es entstanden. Häuser zu kaufen, das ist natürlich auch eine richtige Herausforderung. Und in Medina, auch wenn man das Geld hätte, das ist sowieso, das heißt nicht, dass man das eine Haus kaufen könnte. Und wieso nicht? Ich habe Ihnen gesagt, diese Adelgen, das bedeutet, Sie versuchen oft, dass das Haus in der Familie bleibt. Und das finde ich ganz logisch und korrekt. Nur, wenn das eine Haus, und das kommt nur sehr sehr davon, wenn das eine Haus doch verkauft wird, dann sucht der Besitzer sich aus jemand wie ihr, damit der Status in der Stadt auch bleibt. Bei uns ist es immer eine solche Reaktion, wenn mir jemand sagt, ich wohne in Medina, dann weiß man genau, welche... ... 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